ja hallo ich weiß eine kleine pause hatten jetzt aber jetzt kommt das nächste video werden ja paar feierlichkeiten und genau heute geht es ums thema ghosting aber auch noch viele andere dating fragen wie es dann auch so zu ghosting kommt natürlich heutzutage ist ja schon volkssport geworden zu kosten aber dazu später noch mehr macht die fucking kurse und verlustungskurs gerade losgegangen nächsten monat gibt es dann die selbst liebe challenge advanced also etwas härtere version und ich glaube die wohlfühlschallenge neben anderen kursen die es immer gibt ja eine nachricht von kachinko lov und er schreibt servus aus dem fernen feuerland christian allen voran danke nach wie vor immer wieder für dein mega content sowie kurse und bücher habe ich alle gelesen und alle basic kurse gemacht vielleicht habe ich ja glück und du wirst diese mail beantworten zu meiner situation vor etwa einem jahr hat meine letzte toxische beziehung die auch so lange gedauert hat ein ende genommen wie und warum ist auch egal ich war mega im plusbowl obwohl ich dachte ich hätte bindungsängste ja ist ja alles so relativ immer nach dem was der partner macht es folgt ein ja das auch alles übrigens meinem verlust anschluss habe ich das noch mal erklärt es folgt ein ja krasses online dating während fortwährend im liebenskummer trotz null kontakt zur ex ohne ein wirklich gutes date dabei gehabt zu haben ja ich sag ja immer lieber man macht mal ein paar monate enttoxifiziert sich von diesem ganzen liebesscheiß und mach mal dating pause flirt pause bring mal seine neurotransmitter wieder auf null und und seine ganzen hormone und stresshormone und aber gut seit einem monat bin ich erst weitestgehend liebeskummer frei obwohl ich glaube dass das eher liebessucht war ja also das ist ja genau liebessucht ist mal so ein schlechtes zeichen was geht natürlich ineinander über so dass es ich habe auch so ein verliebtheitstest auf meiner webseite also wenn man so extrem verliebt ist meistens nicht so gutes zeichen natürlich hat liebessucht immer ein bisschen was wir haben so ein eingebautes suchtzentrum quasi da weil die naturnal ich wollte dass wir dass wir uns irgendwie zusammen finden und insofern ist liebeskummer immer eine art entzug aber im toxischen ist halt das hat halt dieses krasse dann habe ich zwei monate dating pause gemacht ja ist ich sag ja mal mindestens vier aber okay und mich nun wieder reingewagt ich in den dreißigern habe eine frau in den dreißigern kennengelernt und wir haben uns via tinder also das beliebte online dating gut verstanden sie wohnt etwa 50 km entfernt und hat auch hat kinder zwei kinder laut eigener aussage wurde sie just die woche nach unserem kennenlernen frisch geschieden anführungsstrichen habe ich mal geglaubt oder in klammern besser gesagt da ich nicht lange tickern schreiben will habe ich ein date ausgemacht ja sehr richtig am tag des dates hatte hat sie mir zwei stunden vor dem date abgesagt da ihre kinder hoch fieber haben meine erfahrung ist also ich jetzt niemand anträge an der kinder hat aber meine erfahrung ist wenn das erste date abgesagt wird das eigentlich kann man es eigentlich eigentlich also ich hab da noch nie erlebt dass ich da irgendwas gutes aus geworden ist aber natürlich kann das sein es kann auch sein dass es nicht so ist das ist wissen wir nicht und man muss sich halt überlegen es kann natürlich gut sein wenn man halt eine mutter date mit vielleicht kleineren kindern muss man sich unter umständen so was engagieren das ist im teil ihres lebens aber wie gesagt also es kann absolut sein wie gesagt nur meine erfahrung ist einfach wenn das erste date nicht funktioniert mach auch ein spiritueller grund dann wird eigentlich nichts draus so am abend brachte sie ihre kinder an zu ihren eltern und schrieb mir dann dass sie dann doch noch um 21 uhr vorbeikommen könnte sie wollte mich unbedingt sehen aber das ist jetzt eine andere wendung also dann klappt das date ja quasi doch okay und da muss ich jetzt tatsächlich sagen das ist natürlich fast schon so ein bisschen über engagiert also gut dann gehen wir davon aus dass die kinder wirklich krank waren und dann ja gut will ich jetzt ist jetzt also dann muss man schon fast in die andere richtung denken dass es nicht müssen über engagiert irgendwie aber gut vielleicht will sie mal einen freien abend haben was soll's und natürlich darf man auch mal kranke kinder mal zu den eltern geben und okay so sie wollen übrigens sehen ich sagte okay und sie kam eine stunde in meine stadt gefahren ihr bruder lebt auch in der stadt bei ihm können sie übernachten sie war sehr schick gekleidet als sie ankam wir redeten zwei stunden sie macht immer wieder avancen wir beide könnten ja auch mehr alkohol trinken und sie machte extrem deutliche signale sie wollte offensichtlich halmer spielen ja also bundes vielleicht viele männer sagen hey super nehme ich einfach mit einem heimspiel cool ist ja wie ein typ für nur sex irgendwie und aber ja insbesondere weil das wie natürlich hoffe ich meine mails irgendwann jetzt auch schief gehen wird nehme ich mal an kann ich überlegen also nicht dass das jetzt vorhersage wäre also es ist ist das für mich so ein bisschen das ist jetzt meine meinung nur der hätte die frau müssen aus der männlichen polarität so ne und das ist also das kann gut gehen es hat aber prognostisch sag ich mal sinken die chancen dass da was gutes bei rauskommt oder wenn man sich männlich polarität in würde dann kommt man aus so einer so einer neediness vielleicht was starken neediness was vielleicht auch nicht so gut ist und ich meine sie kennt ich überhaupt nicht und geht dann gleich so ja also wie gesagt ich jetzt nicht also wir können jetzt müssen jetzt nicht über gender rollen sprechen kann natürlich machen was ich will aber meiner meinung nach vielleicht jetzt nicht sei denn man will irgendwie in one nightstand haben es wäre es vielleicht für eine beziehung mit dem jahr start immer jetzt aber sagt hey one nightstand ist mir scheißegal super ich musste nicht noch irgendwie rumkriegen oder so super ab in die kiste fertig okay also sie machte durchsignal sie wollte ja jedoch da ich aus der bescheuerten toxik beziehung komme will ich jetzt wirklich langsamer angehen bin ich gut muss ich sagen finde ich gut das sind immer unterschiedliche vorhersagen die man oder unterschiedliche hier ist wieder zu alarm unterschiedliche tipps die man da so gibt ob man jetzt nur dating sachen heranzieht ob man auch heranzieht ich war einer toxischen beziehung vorher also natürlich würde ich dann auch sagen lieber vielleicht ein bisschen langsamer angehen vor allen dingen wenn ja die die frau dann auch falls ich mal vermute gleich so love bombing fast forwarding macht auf sex drängt und so ja es könnte auch jemand sein der dann wieder einen so toxisch verwickelt und da kommst du in die liebessucht also wirkt jetzt nicht so wie also ich weiß jetzt überhaupt nicht werten aber ich sage kriegte man immer ganz gern von sicheren und unsicheren menschen und de facto sind die meisten menschen nicht sicher also so ein konzept aus sex in love addiction anonymous und die hört sich nicht sicher an und dann sagst du ich bin vorsichtig also eigentlich alles richtig ne also gab es zur verabschiedung gegen mitternacht noch ein paar schöne küsse von mir initiiert und dann vor sie ich fragte nach einem zweiten date und sie will ich da ein zwei wochen später heute stattfinden da ich über feiertage nicht da war ich hatte alles organisierte kommunikation wurde irgendwie ein wenig dünner was natürlich jetzt kein gutes zeichen ist ich kiel ist jedoch eher so wie du redest dass ich mit ihr schrieb wenn sie getickert hat jedoch von mir aus mit den schreiben zurückhielt ja das denke ich auch genau richtig ich wollte sie auf dem date sehen dann gab es drei tage gar keine kommunikation was ich komisch fand dass sie davor immer sehr kommunikativ war und dann ein paar tage vorher fragte sie ob das date noch steht okay ich sage klar steht noch ich freue mich aufs wiedersehen dann wünscht es mir ein schönes wochenende und ich ebenso danach funkstille jedoch dachte ich mir nichts denn wir waren ja eh verabredet ja absolut richtig und sie hatte ja ein kinderfreies wochenende nur mein bauchgefühl war irgendwie mega komisch keine ahnung wieso dann fuhr ich am sonntag zum verabredeten ort sie tauchte nicht auf auf was für sorry was für ein ekelhaft asozial einfach nicht zu kommen wirklich ich versuche die telefonisch zu erreichen keine antwort seite als funkstelle ich habe mich nicht noch mal bei ihr gemeldet und bin vollkommen baff ich verstehe die welt nicht mehr dann habe ich in deinem buch über groß zum gelesen wo du sagst sei froh dass du diesen menschen los bist diese menschen sind inhaltlich selbst sehr zerrissen und der ex wäre wieder aufgetaucht oder der ex wäre wieder aufgetaucht ich fühle mich wahnsinnig verletzt und wütend und ratlos weiß nicht ob es etwas bringt dass ich sie noch mal frage nee auf gar keinen fall das ist jetzt so es bist du zurückgewiesen und jetzt geht dein bindungssystem durch die decke und oder auch dein ego und lass los wirklich wie schätzt du das ein wie kann ich gut mit der situation umgehen was habe ich falsch gemacht also erst mal nimmst du ein date mit einer frau die überhaupt nicht kennst nimmst du viel zu wichtig und dann ja dann kostet sie dich eben ja next ne also warum ist die warum ist das so wichtig war ich zu schweigsam mit meinem schreiben ne also da ist das soll ich noch mal was sagen also man macht diese sachen die so dating mäßig empfehle ja nicht nur um gute resultate zu zu erzielen sondern auch um schlechte resultate zu vermeiden also um gleich das machen frauen auch häufig um gleich menschen die emotional unkontrolliert sind probleme machen was nicht aushalten können wenn sie ein paar stunden keine bestätigung kriegen um die schon gleich aus zu also aus zu sortieren also du willst auch mit diesen sachen die ich empfehle aussortieren menschen die zu nidi zu schwierig selber zu vielleicht zu liebessüchtig sind und ganz ehrlich also ich habe für ein mann als zent okay weil so frau wirkt ja schon vorher irgendwie sprunghaft sag ich mal und irgendwie irgendwie seltsam wenn man das mal so sagen kann und das hat sich jetzt bestätigt und ich könnte mir schon vor also kann sein dass du dass die so gewohnt ist dass die immer sofort kriegt was sie will was aber was nicht willst du ne ich sag dazu nix aber ich weiß nicht ist das jetzt so der typ frau der jetzt so girlfriend material ist für dich fragte ich einfach so und du willst ja auch die aussortieren dies dies nicht sind so ne und gerade durch dieses langsame schreiben sortierst du natürlich menschen aus die ja ständig aufmerksamkeit kontakt brauchen und und ich könnte mir auch vorstellen dass sie einfach einen anderen gedatet hat und da den schnellen unkomplizierten sdx bekommen hat vielleicht einfach nur schon abend vorher wird sie den nächsten abend daten also würde ich ihr voll zutrauen und dann hat sie halt ja also dann merkst du es hat eigentlich nichts mit dir zu tun sie wollte dich einfach als sex objekt haben also auch männer können objektiviert objektiviert werden kann man sich immer gar nicht vorstellen aber ist sowas kann und da hast du keinen bock zu gehabt dann hat sich vermutlich mal was anderes gesucht muss jetzt nicht der ex sein kann auch einfach ein anderes date gewesen sein für viele menschen viele männer sagen hurra wenn eine frau so vor wort ist und ja ich finde es total asozial dass sie sich kostet aber was ich genau was ich mein buch geschrieben hat also der liebesgut war es glaube ich sei froh dass die lust ist also die es nur ärger gemacht und du wärst garantiert wir eine toxic gekommen wieder liebessüchtig geworden das ist ja genau was wir wollen mit meinem material auch dass so die richtigen sachen kleben bleiben und die sachen die nicht gut tun dass sie gleich also am besten schon bevor irgendwas passiert ist vom zweiten data am besten schon auseinanderfliegen und genau das ist passiert das ist ja so wenn du stand im sorry wenn du standard setzt heißt das ja nicht dass du mehr frauen date ist und und mehr lays kriegst irgendwie oder mehr notches im bett forsten irgendwie sondern das heißt dass du die die du sowieso nicht haben willst dass sie die aussortiert ist sehr früh durch standard zum deer breaker das ist ja auch ein standard dass du nicht mit ihr geschlafen hast auf dem ersten date so und die die frauen die ja sein bindungssystem nicht so aufregen kleben bleibt das ist ja der ganze sinn so ne aber heutzutage ist das so üblich mit dem ghosten also ich meine ich kann es klitzekleines bisschen verstehen nicht in diesem falle dass wenn menschen merken das ist einfach nicht mein ding also nach dem ersten date man merkt vielleicht was halt jetzt nicht so gezündet dass man jetzt keine lust hat dass jemand zu erklären dass es nicht gezündet hat weil sich die personen dann glaube ich viele machen die erfahrung aufgeregt zurückgewiesen fühlt enttäuscht ist man muss damit dieser enttäuschung die hat man keine lust so und damit man sich einfach gar nicht das ist aber eigentlich nicht wirklich ghosting sondern einfach sich nicht melden und das kann ich verstehen aber das ist natürlich schon ein echtes ghosting hier und ja also warum willst du eine frau daten die dich so ich meine es ist immer noch musst du deinen liebeschiff dann noch mehr in griff kriegen weil warum willst du eine frau daten die ich so behandelt macht überhaupt keinen fucking sinn und du kannst und du wirst dahin kommen dass du es auch wirklich so fühlst dass du dir sagst ja schade um den abend aber danke universum dass ich wieder abgeschwärt ist und dass du auch du kannst dich das ist ja auch trennungskompetenz dann das wegzuwischen und zu sagen hey die war es ähnlich wert und und da kannst du dahin kommen dass du sagst du klar dass du ein bisschen genervt bist aber dass du das sofort weg steckst und also jemand keine tränen nachfallen sondern dann tinder wieder öffnest und weitermachst also wenn nie irgendwas gewesen wäre fertig hast du durch deine überlegene ruhige art hast du die frau aussortiert und fertig geht's leben weiter so sich das also herzlichen glückwunsch alles richtig gemacht wir sehen uns bald wieder tschau ihr lieben